Setzen Sie ein. Ich gehe, ich fahre nach, zu, in und so weiter. Ich gehe nach Hause. Zu dir. An's Meer. Nach oben. In den Keller. Nach Indien. Ins Bad. Auf den Markt. Zum Essen. Hier könnte man auch sagen, nachessen, wenn es um die Stadt essen geht. Auf den Balkon. Unter die Dusche. Auf den Spielplatz. An den Rhein. In die Türkei. In das Bett. Nach draußen. Auf die Terrasse. ins Regal, hier kann man auch sagen, zum Regal, ins Café, zum Bäcker, in die oder zur Schule, nach Japan, zum Spielen, zum Friseur, zu meiner Freundin, in den Zoo, in den Park, nach Algerien, Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.